hier ist die dann kammer wieder letzten sonntag auf flohmarkt die wir und ich sollte mal langsam das mini pickup video davon machen ist ja schon freitag der kam nicht dazu ein bisschen viel auf arbeit zu tun gewesen abends total schicht gewesen schnauze voll ab von allen und also der erste flug schon seit drei vier jahren wieso ich hier bin ich ja nicht aber nur durchschnitt neue hobby jetzt hier mit den sammeln muss ich ja doch mal ein blöder ist bei mir in der ecke gibt es eigentlich nur einen flug markt regelmäßig alternative ich müsste nach spannen rinne von berlin hatte ich unbequem bock gehabt berlin fern bin ich nicht mehr so hat einen grund hat womit damals rausgezogen bin mit der family wo sie mal dann den falkensee drei oder auf dem havelpark gefahren hat mal geguckt ausbeute war sehr gering war dafür wirklich schnapp erkennen wirksam gemacht habe und zeige euch schon mal gleich aber was ich besonders gut fand auf dem flugmarkt sind ja die pro händler was du da hast wir sind drei vier stück sind ja irgendwie so gewesen aber der inhalt gegen vogel abgeschossen ziemlich amtliche preise gehabt ps4 fett lady ohne verpackung oder alle 40 euro dann hatte er ein snes und vp gehabt die soll ganz gut aus für 200 euro sagen ja ja okay körper noch mitgehen aber er wird kohle haben und heute auf jeden artikel aufkleber auf und drauf steht top gerät top behalten und dann noch einen separaten aufkleber mit dem schönen preis was er drauf hat also jemand jela sammler will aufkleber auf die grund der pulmuss und eventuell dann noch lieber reste dran ab oder teil von der farbe ist weg wer kauft denn bei sowas die restlichen preis wurden die man ja eh schon gewesen so alter was willst du mal zum pick up und gesagt viel ist nicht so das war mir eine ecke aber irgendwie auch hier so ein familienhaus gegend wirsten meistens so alles und irgendwie so spiele konsum findet sie nicht wenn die klassiker wie hatten sie da ja paar sachen aber die haben mich überhaupt nicht interessiert bis zwei gab es ein bisschen aber es waren auch so typische fifa serien und jetzt hat man mal diese westling kam und so hat mich auch überhaupt nicht interessiert war nichts zu finden aber einmal gucke ich einen schönen schnapper gen gemacht das lag bei den so und dann wirst du noch mal zappizierte ich dachte du könnt mir gefallen und da ich mal sachen kriegt für uns 7 euro und dachte der preis stimmt aber und zwar immer atari controller ist ja richtig rum auf dem kopf also ist ja richtig rum ein bisschen dreckig gewesen schon sauber macht funktioniert ein 8a fest sich an wie neue dirät und wirklich gut erhalt nicht zerkratzt dann hat er noch her weil ich von dem handelstand gekriegt hatte aber trotzdem mitgenommen star wars im filmstieg zurück guten zuschritt einzelne unten bei der aufgehörer ein bisschen abgehangen wieder angeklebt ja ganz gut aus kann man nicht meckern und dann hat er noch rumliegen gehabt einmal zwei anleitung für megadrive einmal hängen und habe ich es aber noch gar nicht also auf reserve kann man mal gebrauchen und dann hat er noch sony zwei ab die anleitung habe ich schon aber dies besser halten die andere die unten um diesen riss und dazu noch diese typische ist eigentlich 20 musste rechnen von 20 25 in dem zustand im pernstieg zurück ist ja nicht mal so häufig in 20 bis eigentlich da auch mit bei mir mal glücker so 10 15 euro war ihr also 20 euro in dem zuschauen wenn ich es ja noch mit ein bisschen mehr die anleitung was haben die für einen fertig habe noch nie geguckt hat eine anleitung kostet zwei drei euro also auf jeden fall dicke schnapper gemacht da noch ein bisschen umgerannt und dann nicht zuvor noch ebenso wie sie im kleinen handel aber wirklich ein ganz sympathischer kinder schweine preise hat bloß nicht so sachen hat mich interessiert hatten weiß dann welche konsolen aber da hatte überhaupt sich die xbox gewesen irgendwie xbox oder so da hat er sind die erste ding noch mal schuhkarton gehabt hat ein paar spiele drin gehabt zwei stück für fünf euro drin geguckt zwei stück hatte ich noch nicht gehabt vor allem flashback gewesen für das sms ist gut erhalten ganz dezent vergrübt also passt vom zustand her und dann war für die playstation 2 space invaders wie er ist nun mal komplett invasion day das mal ganz hatte dinge kann ich noch gar nicht space invaders im endeffekt auch für 3d und spätten raumschöpf ist typ und du kannst ihnen die ld auf der erde schon sind hinterhöfen gassen irgendwie so ist ganz nett gemacht preis war auch voll ganz okay also space invaders hier kannst auch vier bis sechs euro irgendwie rechnen an der bucht mit portal und hier bist du eigentlich auch ein 10er mindestens los also war voll und ganz okay gewesen mit den preisen hat sich gelohnt nächster flohmarkt bei mir ist er ist wieder arm hat es dort am advent würden am öften weil dieses wochenende weg schätze ich mal nicht nach berlin fahren zum flohmarkt ich hab da echt irgendwie keinen bock drauf das ist man teilweise auch zu fahren standen sparen und ich kenne die dinge ja und hier in havelpark das schöne bütige ding du hast nicht so ein fettes gedrängel findest ohne probleme im park das hat ja auch mal so ein problem ist in berlin wo weg auf jeden fall fahren das muss ich eh noch ein paar videos nachdrehen weil da kann man noch konsolen zuwachsen in der letzten zeit bei mir einmal was da steht weg verschaut und noch fertig machen oder zum wochenende muss ich ein paar let's plays aufnehmen dann kommt da noch was hinzu und da ohne was hinzu irgendwas unterwegs sitzen spielen das war es erstmal mal wieder aus der daddelkammer habt ein schönes wochenende geschätzt werde heute freitag video hochladen macht sie gut ein schönes wochenende